Hey, yo, Leute, alles klar bei euch? Ja, bei mir geht und so, ich hab jetzt, ja, ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, ich hab hier jetzt neue YouTube-Kanale gemacht und so, und ich danke euch, dass ihr mir folgt und so, ist ja voll cool. Und, ja, ich hab einfach gedacht, weißt du, die haben bei YouTube jetzt, haben die Live integriert, und ich hab mir gedacht, okay, wenn die Live integrieren bei YouTube, dann muss ich doch mal probieren. Ja, und dann hab ich, ja, dann hab ich halt, bin ich YouTube gegangen und hab ich erst mal Account gemacht, okay, erst mal Account gemacht und dauert ein bisschen, bis du Live freischalten kannst, aber neue Funktionen auf YouTube, natürlich super, das schauen wir uns an, und da hab ich gedacht, ja, können wir vielleicht genauso wie bei Musical.ly und so, voll steigen und so, wisst ihr? und, ja, dann schauen wir einfach mal, was so geht und ich würd's cool finden, wenn ihr meine Videos liked oder wenn ihr ein bisschen Kommentare schreibt, das wär echt süß von euch und, ja, dann krieg ich ein bisschen so Unterstützung, ein bisschen so Feedback, wisst ihr? und, ja, dann mach ich natürlich weiter mit meinem, ja, mit meinem, hier, YouTube-Channel, oder was? Ja, wir gucken mal, okay? Also, ich freu mich auf euch und, äh, bis dann!